hallo und willkommen zu meinem neuen video hier in diesem video möchte ich euch mal zeigen wie man einen sts bohrer wechselt und schlecht hallo und willkommen zu meinem neuen video hier in diesem video vor futter hierbei handelt nebenbei bemerkt haben wir hier ein sts plus auf ziehen diese aufnahme zurück und entnehmen einfach den bohrer nach vorne ich sage damit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube und und